Waldemar Reichert, Bestattungen in und um Bad Wöhnenberg. Unsere wichtigste Aufgabe sehen wir darin, den Trauernden, die einen geliebten Verstorbenen auf seinem letzten Weg begleiten möchten, zu helfen. Bestatter zu sein, bedeutet für uns mehr als das Organisieren einer Bestattung. Für uns bedeutet es, zu jeder Tages- und Nachtzeit Menschen in ihrer schwierigsten Lebenslage voll und ganz zu unterstützen. Wir beraten Sie gerne, damit der letzte Weg des Verstorbenen ein besonderer wird. Und wenn Sie es wünschen, beraten wir Sie natürlich auch in einer vertrauten Umgebung, bei Ihnen zu Hause. Unsere Dienstleistungen sind sehr breit gefächert und beziehen sich nicht nur auf die vielfältigen Möglichkeiten der Bestattung und individuellen Aufbahrung, sondern drehen sich auch um den gesamten Ablauf der Trauerfeier und einer umfassenden Bestattungsvorsorge. Alle Dienstleistungen beschränken sich nicht nur auf das hiesige Gebiet. Wir unterstützen Sie deutschlandweit bei Ihrer Bestattung. Wir bieten auch Überführungen ins Ausland und führen Trauergespräche auf Wunsch in Russisch durch. Vertrauen Sie uns. Wir unterstützen Sie gern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017